Er ist zurückgekehrt und er ist wieder da. Nach langer Zeit, ich habe einfach nicht so viel Zeit und Geduld für Champions of Regnum, möchte ich wieder ein bisschen weitermachen und es könnte vielleicht wieder mehr werden, aber ich muss vorstellen, ich bin eher so ein schneller Gamespieler und wenn ich manchmal in Champions of Regnum reingehe, dann fühle ich mich nicht so besonders schnell oder so. Das Game zieht sich halt extremst und da muss ich einfach schauen und einfach Hilfe bekommen nebenbei, dass ich da recht viele Parts machen kann und ich habe jetzt allerhand zu tun gehabt mit dem Server, mit den Mods und alles mögliche von Minecraft, deshalb tut es mir leid. Also, ähm, wir haben sicherlich hier noch Quests, ja, aber erst oben. Ja, also eben Champions of Regnum interessiert mich natürlich noch immer groß, aber, naja, ich kenne langsam von den Leuten einfach diese Art Depression oder so, das das Spiel auslöst oder so. Weil alle Spieler, äh, weil alle Spieler, äh, die ich anrede, wollen irgendwie nichts sagen oder sind schon schlimm gezeichnet, weil sie einfach nichts machen können. Das Crafting hat eigentlich eher das Gegenteil ausgelöst, dass es einfach gekommen ist und dann haben sie es ein bisschen gemacht. Dann wurden sie noch süchtiger und durch diese Sucht konnten sie also andere Sachen nicht mehr machen und deshalb sind sie jetzt deprimierter als vorher. Also immer so. Also das Spiel tut nicht mit Spielspaß trotzdem. Das ist klar. Aber, hey, ähm, es ist ein gutes Spiel, es hat viel Nostalgiegefühle, das ist so wie ich spiele, auch wenn ich es nicht viel bringen kann. Und, sonst kann ich wirklich mal im Livestream zeigen, aber ihr müsst es wollen, also ihr müsst sagen, wenn ihr es wollt, gell. So, mit vier Knochen. Sprecht mit Zeit aus Trongbuhr, gebt alle Reis und Marzahn. Tolltar, Blut von Tolltar. Da hat's Tolltar, okay. 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 So. Mal gucken. Das kannst du, glaube ich, auch nehmen. Und ich starte mal den Angriff. Boah, er haltet ja nichts mehr aus. Er stirbt, der Sofa. Und ich habe eine Perle bekommen, ja. Wunderbar. Ja, die WWs habe ich ja recht vieler wissen getrollt und deshalb bin ich ja nicht so motiviert, weil die Spieler so extremst nervig gegen Trolls sind. Also kann man eigentlich sagen, das Spiel ist für mich nichts, weil ich will den Spielern Spielspaß geben und das wollen sie nicht. Und ich treue ja nie böse. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie etwas völlig, ja, zerstöre oder vernichte oder irgendwie den Spiel sofort den Spielspaß reibe oder so. Ich motiviere sie so ein bisschen. Ich will sie zum Lachen bringen, dass sie mehr Motivation haben und so weiter. Ich bin halt einfach so einer, der nicht gerne depressive Menschen sieht oder süchtige Spiele sehe ich auch nicht so gerne. Deshalb tue ich ja auch immer nur eigentlich aufnehmen und dann mache ich es wieder auf die Seite das Spiel. Das sind wirklich nur 30 Minuten, das geht perfekt. Also wir haben 2Total getötet, jetzt können wir eigentlich zurück. Gut. Hm. Ja, es ist halt schwer, also ein Spiel zu spielen, das euch nicht liegt. Es ist wie, also man sieht es vor allem hier in Champions League, es ist wie ein Falsch, eine Bürte sozusagen. Und ähm, trotzdem möchte man es natürlich unbedingt. Aber es sieht, oh ja, um dieses Spiel noch viel weiter zu spielen, müsstest du noch 20 Jahre spielen oder so. Weil du ja nicht handelst, weil du Trefans spielst oder Halbseefand. Und ähm, weil du einfach mehr Anforderungen hast, also zum Beispiel ein depressiver Mensch, dann ist es klar, ja, man möchte es nicht so spielen, wie halt diese Spiele, die ein Spiel durchspielen und dann nie mehr anfassen. Also, ich finde, man sieht es hier eigentlich deutlich, die Spiele wollen immer nur handeln, 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 dass sie so schnell wie möglich nach oben kommen. Ich möchte das nicht, dann bin ich wahrscheinlich auch der falsche Let's Player für dieses Spiel. Aber es spielt ja niemand, deshalb bin ich der Einzige und deshalb möchte ich auch Content bringen. Das ist möglich, ja, wir müssen gar nicht hier eine Quest abgeben. Alle dort oben. Ja, dann ist es halt auch so, ich habe so viele Projekte, die mir besser liegen. Aber ich habe genug Zeit, um manchmal ein Rechnungspart zu bringen. Aber eben tut mir leid, wenn ich es manchmal vergesse, eben keine Zeit habe oder gar nicht bringen kann aus irgendwelchem Grund. Und ja, ich habe jetzt extra das Winter Event ausgelassen, damit es einfach nicht noch mehr die Spieler nicht stört oder sonst irgendwas. Vor allem einfach, dass ich nicht gestört werde. Vor allem. Weil dann sind wieder überall Spiele herum, die auch immer alles einsam sind. Dann kann ich ja nichts einsam. Dann nehme ich jetzt heute Morgen um 6.22 Uhr auf. Ja. Aber wenn ich dann wirklich gut bin mit diesem Charakter oder mit einem anderen Charakter, dann werde ich natürlich auch diesen bringen. Und auch sehr viel am Abend aufnehmen oder Live-Steam oder sogar. Aber eben die Motivation muss zuerst auch kommen. Sonst hast du eigentlich immer so das Gefühl, du machst das Spiel umsonst. Und das will ich nicht. Und bei GTA Online klappt es schon langsam. Und natürlich immer bei Minecraft, dass einfach die Spieler mit mir zusammen etwas machen. Vor allem halt auch ohne Video mit mir zusammen sind und irgendwie spielt. Und es fehlt halt ein paar Champion zu fricken, halt auch in Path of Exile. Aber nach Path of Exile ist es wenigstens klar, dass nicht alle mit mir spielen wollen. Weil es eher ein Einzelspiel ist. Aber bei Champions of the Project, das ist ein Partyspiel. Und trotzdem will niemand zusammen spielen, außer im Schlachtfeld. Und deshalb geht es auch hier nicht so gut. Das habe ich ja fast nie mit Spielern, auch weil sie nicht immer mit mir zusammen warten wollen. Oder einfach Dinge machen wollen, oder? Ah, jetzt müssen wir eigentlich schon weiter. Nach Allerherd. Geht eigentlich direkt nach Allerherd. Oder müssen wir hier noch irgendwas töten? Aber mit Knochen interagieren müssen wir noch, ok. Hm. Ich bin ja nicht der beste Let's Player oder so. Dass ich sagen kann, ich mache jetzt das Spiel und das durchgehend. Da ich ja so viel Geld verdiene und so. Ich tue immer alles aus meinem Kopf machen. Wenn ich keinen Bock habe, dann bringe ich ja kein Part. Oder wenn ich an Weihnachtsbaum. Kann man da irgendwas machen? Also wenn ich jetzt wirklich sage, nee, es bringt nicht jetzt aufzunehmen. Was? So viel Gold? Ich glaube ich muss Weihnachtsbaum ersuchen. Ähm. Ja. Ich. Ich. Kann ja, wenn ich ja sehe, dass die Zuschauer nicht zuschauen. Dann bin ich halt auch ein bisschen am überlegen. Jetzt soll ich das machen. Oder soll ich das nicht machen. Und. Und wenn die Spiele dann wirklich auch zeigen. Dass sie wirklich nicht schauen wollen. Mache ich die Parts auch wenig. Also viel. Dann tue ich mir lieber etwas an. Das ein bisschen nach vorne setzen. Ich habe immer so einen Plan. Und Regnum ist halt leider recht weit hinten momentan. Dann hat auch nichts. Also es wird geschaut. Das ist das einzige. Das mich eigentlich noch motiviert. Weil. Man hat einfach. Entweder ein Spiel gerne. Oder ein Spiel halt nicht so gern. Und da ist noch dieses Nostalgiegefühl. Und dieses Nostalgiegefühl ist einfach das einzige. Das mich eigentlich noch richtig hart motiviert. Aber das macht. Eigentlich bei einem. Let's Play auch nicht so viel Sinn. Weil man kann es meistens nicht selber. Irgendwie abgeben. Dass irgendjemand. Dann genau weiss. Was ich meine mit Nostalgie. Und solche Sachen. Ich spiele ja auch Dungeon Siege 1. Aber da kommt leider auch momentan nichts. Weil die Aufrufe wirklich gering sind. Und genau das ist das gleiche. Tja. Aber eben wenn ihr irgendwas bringt. Dann sagt es mir. Solange ihr euch ein bisschen schüchtern verhält. Oder einfach nicht wollt. Dann habt ihr halt. Nicht das was ihr unbedingt wollt. Bei mir. Sondern eher das Gegenteil. Oder. Oder. Ähm. Naja. Es wird nicht erfüllt. Was ihr eigentlich wollt. Oder von mir. Aber wenn ihr das sagt. Dann kann ich mich an euch anpassen. Also da. Dann schaue ich auf euch. Aber wenn ihr eben das nicht sagt. Dann kann ich ja nicht wissen. Dass ihr irgendwas wollt. Das ist es. Aber irgendwie haben wir hier fast keine Knochen. Da oben ist wieder einer. Und ja. Gehen wir mal runter ins Gebiet. Ins Dunkle. Nachher noch. Vielleicht hat es dort noch einen Weihnachtsbaum. Hier haben wir schon ein paar mehr Knochen. Ganz am Rand. Am Rande des Schicksals. Berges. Ohohoho. Was meine hier. So. Jetzt müssen wir wohin. Darunter. Äh. Mann ich werde herumgeschossen. Das mag ich gar nicht in Recknam. Dass man immer wieder mit den Quests herumgeschossen wird. Oh. Ein Ignio ist doch hier. Ich habe nur einer. Ja. Okay. Ich muss es machen. Also es macht jetzt wirklich nach einiger Pause wieder ein bisschen mehr Spass. Aber ich merke es gerade wieder. Dass ich da nicht gerade so viel lange Spass haben werde. Ah. Jetzt können wir da zu den zwei Städten gehen. Oder ein Dorf und eine Stadt. Und dann haben wir es. Ja. Jetzt müssen wir noch Quests annehmen. Ja. Ja. Die Knochen muss ich jetzt wirklich nicht mehr einsammeln. Hm. Ja. Schreibt niemand. Und in den Chat schreibt da niemand. Ja. Ist klar eigentlich. Ja. Ähm. Ich höre gar nicht mehr so viel von Amun. Scheinbar haben es jetzt wirklich ein paar Spiele verloren wieder. Das jetzt wirklich niemand mehr in Amun testen geht. Oder nicht kann. Und das macht mich halt auch wieder ein bisschen überlegen. Was denn eigentlich genau jetzt mit Rechnung geschieht. Weil ich bin einer der möchte eigentlich dass Rechnung nicht stirbt. Aber ich habe eigentlich die beste Lösung. Indem man einfach ein neues Spiel macht. Weil die Entwickler wollen scheinbar nicht dass es so viel besser wird. Und genau das ist es. Ich bin zu unerfordert. Die sind zu unerfordert. Und wir Spiele sind zu unerfordert. Also. Ist es eigentlich klar dass. Wo Adam ist. Einfach ein neuer Entwickler. Oder ein neues Spiel komplett hin muss. Und dafür bin ich ja auch. Momentan um hart zu trainieren. Ich trainiere für Kampfsport. Und werde mal den Leuten zeigen was ein richtiger Mensch ist. Der auch etwas erreichen will. Und mal schauen ob ich dann Geld verdiene genug. Um ein Entwicklerstudio zu eröffnen. Und ein gutes Game zu machen. Auch wenn ich wenig Entwickler habe. Ich habe hier gute Pläne. Und da brauchen nicht viele Entwickler dazu. Und dann mache ich einfach so ein Spiel. Das einfach motivierter und schneller ist. Das ein Action-Rundenspiel ist. Und kein Taktik-Echtzeit-Rundenspiel ist. Also es ist wirklich scheisse. Es lohnt sich gar nicht so viel Taktik rein zu machen. Das ist dann immer nur ein Hit'n'Run. Und Scheiss mehr nicht. Also hat direkt nochmal eigentlich ein Fail gemacht oder. Also wie soll ich das nennen. Es ist ein bisschen hart auszudrücken. Aber wenn ich bedenke. Es möchte ein RVR-Spiel sein. Das auf Items setzt wie in einem Diablo 2. Aber es ist ein Taktik-Rundenspiel. Man muss die ganze Zeit auszudrücken. Man muss irgendwelche Buffs die ständig machen. Und so weiter. Dann ist es wirklich das falsche Spiel. Im falschen Genre. Im falschen RVR. Sollte kein RVR sein. Im Taktik-Rundenspiel. Und deshalb. Macht es wahrscheinlich auch nicht allen so viel Spass. Dass sie so viele Leute haben. Immer ständig. Also sehr wenige Spiele. Auch im Rahmen. Fällt mir immer auf. Dass es ein bisschen zu wenig Spiele hat. Ja. Aber. Ja eigentlich müssten sie es nur umändern. Aber sie machen es nicht. Sie wollen diese langen Strecken. In diesem Spiel immer drehen lassen. Und es geht nicht. Ich spiele. Äh. Die entwickelt. Entwickeln falsch. Oder. Ich will hier das nicht böse reden. Aber. Es ist nur mal so. Das Spiel klappt so nicht. Und ich möchte einfach ein. Spiel machen. Das auch ein bisschen mehr. Ähm. Anzieht. Also dass man. Ähm. Ja. Reiche nimmt. Die auch mehr motivieren. Ähm. Items nimmt. Die mehr motivieren. Und. Halt auch. Irgendwelche. Ränge. Oder so. Anführern. Also dass es einer zum Beispiel. Bandträger ist. Der andere ist General. Oder so. Dass man einfach. Motiviert wird. So ein General zu werden. Und nicht nur ein Flaggenträger. Der macht nämlich dann gar nichts. Also Flaggen. Und buffen. Und sonst irgendwas. Und dann hat man auch dieses Scheiss Zeugs weg. Dass man immer ständig buffen muss. Weil ich sehe mich immer wieder. Eigentlich ständig zu buffen. Und. Immer diesen Skill hier anzusetzen. Manöver. Oder beim. Baba ist es besonders schlimm. Der hat ja so viele Buffs. Die er machen muss. Ständig. Das ist extrem. Und. Für mich nicht motivierend. Auch die Debuffs. Und die Stunts. Das ist. Für mich nicht motivierend. Und. Genau. Das ist es. Das. Ist zu viel Taktik. Für ein. Action. Rollenspiel. Airfare Aspekte. Ja. Aber trotzdem. Es tut mich nicht vertreiben. Niemals. Also. Ich habe jetzt. Bisher. Immer wieder. Zurückgefunden. Champions League. Und ich möchte es auch. Dass ich mich. Zurecht. Finde. So. Jetzt. Tun wir. Noch. Bisschen. Die letzten. Zwölf. Minuten. Ein bisschen. Herumschauen. Ob wir. Irgendwo. An. Tannenbärm. Noch. Ein bisschen. Erz. Ein. Danach. Jetzt. Dann. Einige. Zeit. Aber. Wahrscheinlich. Nur. Zwei. Tage. Ich. Das. Den. So. Dann. Sehe. Ich. Auch. Das. Sich. Lohnt. Aber. Es. Man. Hat. Auch. Ein bisschen. Spaß. mich. Euch. An. Und. Ich werde. Nicht. Geizig. Verschlimm. Bessere. mich. Likes. Und. Abonnieren. Ja. Und. Wenn ihr. Lust. Habt. Mit. 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 Ci. erschönen. Und. So. Weiter. Ja. Aber. Kein. Weihnachtsbaum. gerade. Hier. Ein. Power. Auf. Lexer. Ist. So. Sie. Soweit. Öftesten. Bringe. Weil. Ist. einfach. Motiviert. Durch. Diese Geschwindigkeit. Was bringt es hier ein violettes Item zu haben, das schlechtes Darts hat? In Path of Exile haben die wenigstens Super-Starts oder dass man es wirklich belohnt wird Aber hier hat es nur, oh, Musterhafen eher nicht Also wirklich, man hat es und dann hat es man eigentlich nie mehr an sich und so Also man hat eben ein sehr gutes, aber da kannst du 10 Milliarden Stunden farmen und du findest nie was Oder eben erst ab Level 60, ab Level 55 halt Ja, aber ihr seht es jetzt gerade, das motiviert mich überhaupt nicht jetzt hier rumzulaufen Wahrscheinlich euch auch nicht Aber ich möchte schon ein paar Events noch haben Zum guten Glück ist das Event noch drin Aber die Spieler sind nicht drin und das ist für mich schon ein bisschen erholend sogar Damit ich einfach Let's Playen kann und nicht immer genau dann aufnehmen muss, wenn keine Spieler Oder gleich gerade keine Spieler, sondern mega süchtig sind und immer alles einsammeln müssen Für mich wegsameln müssen, hä? Tja, sonst muss ich das Spiel wirklich mal auf einem anderen Server spielen, wo niemand drin ist Dass ich wirklich alles einsammeln könnte Und ein bisschen motiviert zu bin Und ihr auch Ah, der verschwindet gerade Okay Komisch, dass die Items wieder verschwinden nach einiger Zeit Ja, schon klar, aber man kann ja pro Region ein Limit machen, aber Entwickler sind auch da zu dumm oder so Also haben eben Probleme mit dem Quellcode Vom Spiel Vom Spiel Deshalb machen sie wahrscheinlich das Spiel auch nicht mehr so viel weiter Aber Hey Entweder ist es eine Ausrede oder es ist einfach ein Marketing Dass man einfach sagt, nein, das Spiel hat nichts mehr Wert Wir machen Handyspiele, NGD macht immer Handyspiele Also sind es wirklich fast die schlechtesten Entwickler, die für dieses Spiel in Frage kommen könnten Also Kauft am besten einfach gar kein Zeug mehr hin Und Tut so, als würdet ihr wirklich nichts mehr unterstützen Weil wirklich Ich unterstütze auch nur Games, die ich wirklich auch sehe Ich kaufe keine Games von Ubisoft Ich kaufe keine Games von Blizzard mehr Weil ich einfach diese Entwickler als Nicht fake irgendwas mit meinem Geld anzufangen Wissen Oder Weil genau die suchen ja immer wieder neue Chance Wo sie neue Spieler motivieren können und so weiter Und nicht die alten Huhnen Die alten Hühnen meine ich Ähm Die haben da zwei zu zocken lassen Also so Ja, geht nicht mehr Wir gehen jetzt noch kurz Ja, wir haben nur noch 16 Minuten Zeit Aber wir gehen noch kurz Richtung Äh Den Anfangsgebiet Vielleicht hat es dort ein Ah, dort ist ein Eine Quest Machen wir die gleich noch mal kurz Dann machen wir im nächsten Part noch ein bisschen weiter Also ich schau, dass ich jetzt Vielleicht sogar morgen oder übermorgen noch ein paar bringen kann, hä Und dann mal Level 30 werde Und Und Aber Wirklich Mein Beileid an euch Dass ich wirklich nicht motiviert bin Und ich Ich werde mich mit depressiv oder Ich will einfach das Spiel nicht spielen Wenn es Nicht so klappt Also wenn das Spiel halt einfach Für mich nicht gerade ist Das ist wahrscheinlich bei euch auch so Dass es ein Spiel einfach für euch Und dann ist nichts ist Und wir spielen es nicht Oder weil es zu alt ist Oder sonst irgendwas Aber ich bin ja einer der recht oft Also ich spiele ja eigentlich wie das Spiel Weil ich ein Nostalgiegefühl hat Und ich bin schon Level 29 Also nächste Quest Level 30 Da haben wir wieder Items Also machen wir das nächste Mal Und ich gehe noch mal kurz schauen Und nehme dann noch mal ein Schlückchen auf Um zu zeigen was ich finde Und ja ich sage jetzt schon Ah nein ich habe ja noch 4 Minuten Zeit Aber dann sage ich dann Auf Wiedersehen bis zum nächsten Part Wenn ihr es anschauen wollt natürlich Aber das ist auch auf YouTube meine Immer alle Leute wahrscheinlich Ein bisschen etwas zu ernst Und so auf jeden Fall Funktionen zu Ja Flamen Werbung machen Oder sie machen dann Dislikes Das ist wie Tun Dislikes Setzen sozusagen Und das finde ich eigentlich Absolut eine Frechheit Ich sehe immer wieder Let's Player Die extremst viele Dislikes haben Wieso? Wieso müssen Ja vor allem vorher bei BrilliBee Der hat ein Minecraft Video Projekt gemacht Und macht jetzt wenig andere Projekte Jetzt müssen alle ihm Disliken Was ist wenn ich Würde Kein Rechnung mehr Spielen Und dann alle Rechnungen Sucht ist Dann würden mich Disliken Dann würde ich ja auch mega Ding also Versetzt euch einfach mal Diese Situation zu euch Oder What Das ist eine Kerze Das sah als wie ein Kaputt Dann Also eben Es ist nun mal so dass Man Dislikes eigentlich nur Eventuell durch Machtdemonstrationen Und durch Langeweile Setzt Also sollte dieses Future eigentlich Raus aus YouTube Weil Es tun nur noch Troller Und dem Demotivierte Leute Benutzen nur nicht Die die Das Video überhaupt Schauen Und dann das Video Bewerten Die tun eigentlich nicht mehr Disliken Weil sie eben merken So werden sie nur zu trollen Und mehr nicht Und ja Es lohnt sich ja auch Für die meisten Lettsplayer Aber Ich bekomme zu wenig Neue Abonnenten Über und so Sachen Dass es Sich auch wirklich bemerkbar macht Und deshalb macht es Bei mir und zum Beispiel Brillibi Und alle anderen Lettsplayer Auch mehr Aus Wenn man Dislikt Und deshalb Lasst es bitte Lasst es Nicht nur für mich Sondern auch für euch Diese Dieses Disliken Von Videos Und sagt es Wenn halt irgendwas Nicht schlecht ist Also wenn etwas Schlecht ist Dann sagt es bitte Oder sagt auch bitte Wenn es sehr gut ist Oder Besser ist Oder sonst irgendwas Aber Nicht bitte Das 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 geht nicht So Dankeschön Fürs Schauen Bis zum nächsten Part Der kommt bald Wieder Hä? Und ich hoffe Ich konnte euch Auch wieder ein bisschen Motivieren Dankeschön Und Tschüss So Jetzt habe ich wieder einen gefunden Hier bei den Ruinen Also Hier Und Schauen wir mal Auch Geld Ok Ich schaue noch ein bisschen weiter Nach Magnoniten Ich habe jetzt 2 Magnoniten noch gefunden Und Ja Bis gleich Felsen 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 Geisig Es ist jetzt gerade ein bisschen demotiviert Aber Dankeschön Fürs Videoschauen Tschüss